Hier ist 1, 2 oder 3. Heute ist er mit ganz coolen Beats unterwegs. Hallo Kinder, ihr seid das eingeladene Team für die 1, 2 oder 3 Kinder Quiz Show. In welcher Stadt wird die Sendung sein? In München im Bavaria Filmstudio. Welche Länder sind dabei? Zwei Deutschland, Deutschland und Österreich und die Türkei. Was ist das Thema bei dieser Quiz Show? Das wissen wir nicht. Das Thema erfahren wir, wenn wir in der Sendung sind. Es kann Sport, Musik, Natur, Wissen, Tiere, alles sein. Das wird ein tolles Erlebnis für euch. Seid ihr aufgeregt? Ja, sehr sogar. Wie war es im Studio? Es war aufgeregt, die vielen Kameras in der Suche war. Ich war Erster und wegen der vielen Kameras und die Atmosphäre war toll. Ich war begeistert von dem Studio. Es war riesengroß. Inji, ihr seid Erster geworden und ich gratuliere euch. Was hast du gefühlt, Inji? Ich war so glücklich und mir kamen Tränen. Ich war schockiert, als ich hörte, dass die Türkei gewonnen hat. Es war so ein schönes Gefühl. Ich war stolz und weinte. Es war Freude. Ich war glücklich und wir haben geübert. Die ganzen Suche haben uns applaudiert. Ich kann es mir noch nicht glauben. Es war so glücklich und ich bin so glücklich und ich bin so glücklich. Amen.